Ey! 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 Ey, ey, ey! Ey, ey! Ey, 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 ey! Darf ich's nochmal probieren, Nephi? Dir ne Granate erzählen? Nein, bitte nicht! Detective darf ich dir anziehen? Nein! Warum? Nein! Überhaupt kein netter Detective, also ich bin, ich bin für Vought Detective Out! Sind ihr die guten? Ja! Nils, ich häng dir jetzt ne Granate an! Ich hab mein Lieblingsspielzeug gefunden, Leichen! Ich bin gegen dein Detective, ich glaub, dass er ne neue wäre! Leichen und Wende ist mein Lieblingsspielzeug! Wie du dein Lieblingsspiel bist! Leichen und Wende! Ja, genau! Oh Gott! Mein Lieblingsspielzeug! Kann mal irgendjemand einen töten? Nils und Toot Gaming verfolgen mich! Ja, nur noch ne Frage der Zeit, bis Doro tot ist! Ja? Nils? Nils? Ne, er ist Detective! Ja doch! Achso, ja, ist er das gleiche! Transform, wirfst du schon wieder Sachen auf mich? Okay! Nephi, hast können wir tauschen! Was hast du denn? Dordor! Ich bin kein Spielbild! Okay! Plasma! Ah, das war wirklich ne Plasma! Wo ist die Sorge? Goro, hier wird gerade ein Plasma an mir geworfen! Du hast sie weggepackt! Inzie! Oh, egal! Ich hab ne Waffe! Oh, ich wollte zu machen, aber da sind zwei Inzies! Oh, oh! Oh, oh! Goro, ist es so nebenschein! Lass mich hier los! Ich glaub ich eine hinterher! Oder ein Nils ist hier dagegen! Warte, sind wir schon zwei Missy in Action! Oh, oh! Ich hab mir jetzt übrigens ne gute Waffe gegeben, ne? Da müsst ihr aufpassen, der kann jetzt gut trade haben! Oh, oh, oh! Goro! Warte, da kommen so wieder alle Leute, ey! So brennt's hier! Wo ging Nils raus? Immer wenn der Nils stört mich, ging weg! Nils, geh weg von mir! Hallo! Hallo. Fällt euch nicht so an. Das tut doch nur ein bisschen weh. Bei den anderen darfst du ruhig sein. Bei mir nicht. Der in den Raum wurde abgesperrt. Hier, Krabs. Nefias ist es doch. Ich bin doch hier. Nefias hat schon einen Vertrauenspunkt bekommen. Nefias ist auf der weißen Liste. Ich hab Nils die gute Waffe gegeben. Leute, hier hinten ist einer tot. Oh, endlich, sagt Krabs. Wo ist einer tot? Julia ist tot. Sie wurden gerade von einer Shotgun erschossen. Nils, mach schnell den Askin. Das war eine Shotgun. Moment, Moment, Moment. Oh, raus. Ah, hier, da. Hila. Wer ist hier da? Ah, Anne ist es. Linke Maus einfach mit dem DNA-Skinner. Anne hat Jack Goro gekillt. Doch. Hab ich es vielleicht verdient. Okay, okay. Hab ihn auch nicht. Hinterher, hinterher. Doch, er hat es wohl verdient. Wir kriegen nicht. Wir kriegen nicht. Wir kriegen nicht. Hier. Grants ist tot. Ah, Markel. Ich glaub, er hat Goro gesagt. Wer ist da? Hä, nochmal Grants? Hä? Hä? Das eine war Crips. Ah! Anne, Anne. Oh, sorry. Hab sie. Nils ist auch Traitor. Oh, ich bin Nils. Oh, ich bin Nils. Ist wieder im Dead Ringer. Ist wieder im Dead Ringer. Oh, oh. Nee, war doch nicht im Dead Ringer. War dead. War dead. Wer ist es denn noch? Nephias. Nephias, du. Ich hatte noch keine HP mehr gehabt. Anne, das hast du schön gemacht. Oh Mann, ich wollte mit der Leiche spielen. Welche Waffe hat's da, Anne? Das war der Blut. Ah, okay. Ich kann die Leichen dazu bringen, dass sie sich freuen. Hätte sie dir einen Headshot gegeben, Graham. Ich kann die Leichen dazu bringen, dass sie sich freuen. Was hat sie? Ohne Witz. Hätte sie dir einen Headshot gegeben? Ja, ich war auch sofort tot. Er war richtig heftig. War richtig krass, ne? Wenn jemand eine Leiche findet, dann... Und alle fragten sich, wo hat sie den Aimbot her? Von gifanten auf otto.de. Ja. Den Link zu Anne's Aimbot findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, Leute, schaut auch mal beim Aimbot vorbei. Schaut auch mal beim Aimbot vorbei. Ich bin gespannt, unter wem der erste Kommentar steht, bei Otto gibt's überhaupt keinen Aimbot, ey. Ich hab jetzt stundenlang gesucht. Der Aimbot hat bestimmt sehr gut Aiming programmiert. Bad Aiming. Ich brauch doch keinen Aimbot. Ich brauch wieder eine Sword. Nee, nee, Nils kann das gar nicht. Die hab ich. Kannst du mir die mehr geben, ich bin detektiv. Leider muss ich hier... Nee, der Fluch ist gebrochen, Mann. Rauch rum zu weinen. Nimm nicht rum. Jetzt ist Goro tot. Der Fluch ist gebrochen, du bist tot. Goro ist tot. Goro ist tot. Ist man tot? Ja, Goro. Wo ist der? Okay, das ist ein Spiegel. Julia hat sich letztendlich nicht geäußert. Wir können die nächste Runde schon auf Naxxramas spielen, da findest du genug Leichen. Naxxramas. Ich glaub, ich lauf immer in die falschen Räume und darum find ich auch nie eine Waffe. Weil hier ist immerhin schon mal eine Famas. Was ist das hier eigentlich für einen Jungenbrunnen, oder was ist das? Das ist mein Phallus-Symbol. Achso. Das war der Spiegel. Das ist auch ein Phallus-Symbol. Ich suche eine Leiche. Nee, wenn ich da reingucke, ist das kein Phallus-Symbol. Goro lebt wieder, ich hab ihn ja grad lang können sehen. Bin ich nicht? Ich bin tot. Ich bin tot. Hier brennt's irgendwo. Hier wird irgendwas verbrannt. Ja, irgendwie riecht's hier verbrannt. Wo brennt's denn? Anna, hast du wieder gekocht? Julia? Ja, ja, ich hab hier... Lass mich rein. Ich hab aber an dich gedacht, warum hab ich die Suppe verseilst. Jetzt lass mich halt durch. Anne. Ja. Na, Grenz. Wir nehmen gleich erstmal einen privaten Channel hier. Ja, irgendwo brennt's hier. Scheiße, Mann, ich bin einfach keine Waffe. Ich bin nicht der echte Grenz. Wie soll ich denn hier als Traitor voll ausrasten? Das ist nicht der Grenz, nachdem ihr sucht. Du findest keine Waffe? Ich bin schon an drei Shotguns vorbei, glaube ich. Ja, ich hab jetzt auch eine gefunden. Jetzt kann ich endlich ausrasten. Das ist in dem Raum hier, aber man sieht nix. Sehr schön. Nimm doch mal eine Rifle. Das Rauchspiel. Ich bin der Herr von Nils, das macht mir Angst. Ah. Dalo und Shigo sind es. Nils von Erdren. Das ist ein absolutes tötendes Potenzial. GG. Da ist Yuya drin auch noch. Oh, das Nils wieder. Oh, Nils wurde angehittet. Toro, hab ich einfach gehört. Hast du da Krabs? Direkt? Ich hab eine Granate gehabt. 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 Hallo, Anders Trainer. Siehst du vielleicht den Dead Ringer? Ich hab sie vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Der Ringer hinter mir! In welchem Raum? Hab sie. Aber die explodiert bestimmt noch und dann bin ich tot. Ah ja, ich hab's gehört. Und? Ist er tot? Er ist tot. Und Yuya steht daneben. Wie das geht? Geht das? Geh weg. Julia hat... Ich bin zuvor im Minerzimmer gekommen, ey. Ich glaub, Yuya hat auf ihn geschossen. Ne, Explosion. Das ist Anne tatsächlich wahr. Ich hab Anne getötet. Ja, klar. Ich hab Anne gekillt, glaub ich. Dalu hat sie doch gekillt. Ich hab zugeschaut. Ich hab zugeschaut und ich hab's genossen. Was, Yuya? Guck mal, jetzt kann ich... Ich kann Dalu glücklich machen. Jetzt wird's hier echt mobiler, ey. Wir hatten Fetisch. Jaaa, und ich bin nicht deutsch. Ich hab mich verlaufen. Ich geh wieder in den Rauschraum. Ich finde den Rauschraum am schönsten. Rauschraum ist toll. Rauschraum. Raus aus meinem Rauschraum! Raus aus meinem Rauschraum! Wieso hängen hier 50 Leichen? Wieso hängen hier 50 Leichen? Woll. Anna hat keine Punkte mehr gehabt. Das ist so schlimm. Das hab ich gemacht. Dann hängen sie da. Guck mal, wie hat sie sich freut. Das hab ich gemacht. Geil. Kann der zweite Traitor Anna jetzt wiederbeleben? Ach ne, die soll da hängen und dann wiederbelebt werden. Dann hängen sie da auf. Rauschraum. Ne, doch nicht Rauschraum. 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 Beagle Welt! Night time, day time. Hey. Night time, day time. I have a dream. Passiert nichts, das müsste anders sein. Wow, es ist Krabs! Traitor hat abgeschlossen. Es ist Krabs! Da ist er doch! Guck mal, hilf mir doch! Da ist so ein Tau reinwerfen müssen wir. Ich hab mir gut gemacht. Ja, ich hatte leider keine. Oh, Dalu tut mir leid, dass du da jetzt so ungemütlich hängst. Guck mal, er liegt. Findet er gut. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal. Ja, das war schon fast ein bisschen knuffig. Aber nur fast. Aber nur fast. Es war ein automatisches Puppenspiel. Oh, krass. Jetzt hab ich ne Plasma-Granate. Jetzt will ich Trader werden. Ich hab gar nichts. Wenn ich gerade einmal Trader werden. Es wäre geil, wenn man die Plasma-Granate so auch auf 30 Sekunden stellen könnte, aber du kannst ja nicht mehr losgehen. Nils, mir die jetzt wäre laut. Nein. Nein, nein, das hört auf. Und dann wärst du ohne Ton, ne? Du hast die ganze Zeit ne Plasma am Rücken. Leute, ich hab was am Rücken. Nils hat ne Sword auf. Mach das weg. Mach das weg. Mach das weg. Und läufst voll bei den Innos rein. Mach das weg. Aua. Ich hab das selber tot. Oh, da wurde es doch schon aufgenommen. Ja, viel geiler wär's, wenn man als Traitor die dann zünden könnte. Gut. 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 Wirklich. Das ist tot. Goro ist es tot. Goro ist es tot. Das hat er gemacht. Er ist durch ne Explosion gestorben. Ja dann ist es Goro. Oder? Vielleicht. Ich find's witzig, dass er tot ist und ich noch leb. Ich hab's verhindern. Deswegen ist es ja so. Kann einer Nils wiederbeleben, das ist so zum Glück. Nephi hat hier die Leiche von Nils. Er ist Trader. Will ihn wiederbeleben. Ne, noch nicht. Aber was? Wiederbeleben? Oh ne. Nils, das lohnt sich irgendwie nicht sogar. Nein, das ist so, du warst doch jetzt gebannt, wenn ich so. Hat sie das wirklich... Hier, Craps hängen hier auf, hier ist sogar ne Vorrichtung dafür. Oh, da ist wieder das Spiel. Ich will das ehrlich nicht aufhängen, ich will das machen, was ich vorher gemacht habe. Doch häng ich über den Stuhl, über den Stuhl. Ich will ihn glücklich machen. Sei glücklich. Was willst du? Ich kann ein Bein ziehen und du am anderen. Komm mit, komm mit. Wir nach. Jeden gab's Mord. Wir wollten doch nur mitleiden. Da springt er, außer dass man Spiegel will. Ja, hier war Nephi, ein totes Nephi. Und wieder ist Julia da. Ein totes... Ja, hier in dem Raum ist der Mörner, es ist Goro, ich wusste es. Wo ist er? Tot. Okay. Ich hab Goro getötet. Warte, nicht hingehen. Anne guckt noch, ob er explodiert. Sehr gut. Wäre voll drauf reingefallen. Ja, Anne und Grants können sich duellieren. Okay. Okay, komm her, Grants. Shigo war da. Wo seid ihr? Hä? Ja, das ist geistig doch bestimmt. Aua. Ist ja egal. Schnuckpiepe. Ja, dann schieß doch. Mach ich doch. Ich treff ihn nicht. Ich treff ihn auch nicht. Ja, das war doch. Okay. Wer war das mit der Plasma? Das war Goro dann. Sorry, Grants. Ne, ich hab keine Plasma geworfen. Ne, was heißt sorry, Grants? Ich hab ja... Daniel hat Karma verloren. Du war nervös. Ich hab Flieger angeschossen. Ich wollte erst den Märtyrer kaufen, aber ich war zu faul. Ne, ich hatte mir grade ne Taube gekauft und dann kam Anne genau in den Raum und dann musste ich irgendwie die Waffen wechseln und das war total scheiße. Ja, so Micromanagement und so. Krabs und ich wollten nur mit Good Gaming's Leiche spielen. Ja, dann haben wir ein Vögelchen. Ich hab mich selbst kabumm gemacht. Läuft bei dir. Vor allem die Runde fängt an und Good Gaming fliegt erstmal durch den Raum. Und Detektor hört mich total. Vor allem ihr sprecht gerade darüber mit jemandem, der eine Plasma am Rücken hat und ich hatte eine Plasma am Rücken. Karma is a very bad bitch. Hallo. Krabs hat hier ne Kettenreizung gestartet. Ich hab's da nicht. Weißt du das? Hey! It's Science, Bitch. Hab du den hessischen Hotel, ja? Science, Dirsel. Ich werde dann hier wieder Feuer gelegt. Dalu's Traitor. Warum? Chigo. Anna hat mich angeschossen. Chigo verschaffen. Hier ist Dalu wirklich. Ist es jetzt? Anna hat mich auch angeschossen. Peng, 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 peng. Ja, er hat wie verrückt auf mich gezielt. Gute Muni. Peng, peng. Okay, hier schon. Peng, peng, peng. Ey, ich knall Anne jetzt ab. Ich schieß Anne ab, wenn ich sie seh. Doch. So, wenn du in einem der Räume hier auftauchst. Hier ist Anne. Wo? Hier sitzt du? Äh, Good Gaming! Good Gaming! 100% Traitor. Er hockt hier in der Ecke und hat gekauft, Leute. Und Anne steht daneben. Ja, aber hier gibt's doch keine Toiletten. Lass sie doch in Ruhe. Mensch. Irgendwo muss man hin. Ah, Globo ist gegen die Wand gerannt. Guck, er lacht was nicht. Er wurde entzahlt. Er wurde in den Spiegel gerannt. Ja, natürlich. Hier sind schon wieder Nils und Anne. Ah! Scheiße. Kaboom! Nils, Good Gaming und Anne. Nils und Good Gaming sind's. Wer ist es? Nils und Good Gaming. Blödsinn. Da ist jemand tot. Hab ihn. Hallo Anne. Ich hab Krabs getötet. Alter! Du bist es doch! Wieso? Ich bin schon wieder gegen die Wand. Wieso wird jetzt Nils gekillt? Wieso? Letzte Runde jetzt. Siehst du, Nils, weißt du jetzt wie das ist? Ja, aber das ist ja so ähnlich wie Nils und Mav. Mann. Krass. Okay, ja, okay, okay. Ich hab ruhig die gute Waffe mit. Aber Moment, du hast in der Ecke gekauft, oder? Nils? Äh, nein. Hab ich nicht. Keine Antwort. Aber er war nur da. Ich bin gerade reingekommen. Und hast dich dann hingesetzt erstmal. Ja. War so anstrengend. Erstmal knacken. Er musste so dringend. Ach und Krabs, ich wurde ja erschossen. Nicht nur beschuldigt. Also, ich wurde nicht beschuldigt. Ich wurde einfach nur erschossen. Aber das passiert auch immer. Du beschuldigst mich einfach. Ja, aber ich erschieß dich nicht. Aber der hat's doch gesagt. Serious Business. Das ist das System hier hinter TTT. Aber er hat doch gesagt. TTT. Julia ist es. Du bist es halt immer. Julia ist es. Julia ist es. Julia ist es. Julia ist es. Ich weiß Grants auch nur, dass sie... Anne ist es. Sie ist gerade durch den Tür gekommen und gerade gegen den Türrahmen gerannt. Für mich geworfen. Dann ist es andere Woche im Real-Life-Trade. Wer ist hier? Julia hat einen Abgang gemacht. Du bist nur zu breit dafür. Hallo, ey. Julia, was willst du? Für Kuscheln! Ja, okay. Vorsicht, ich kauf grad. Oh. Jetzt kannst du dich. Ich hab Angst. Danke. Hat der eine gettasert? Ich hab jetzt wirklich Angst. Dalu wollte sein Spiegelbild tasern. Hä? Was ist denn das? Ich hab gehofft, der Taser prallt ab vom Spiegel. Hä? Ich glaub, ich baue mal so ein Spiegelkabinett. Was war das denn? So ein Irrgarten nur bestehend aus Spiegel. Ich wollt das filmen. Das darfst du auf YouTube gar nicht prägen. Weiterkommen. Das ist ein Feenkuscheln halt, ne? Das braucht er für seine Private Session. Ihr wird geschossen! 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 Wirklich? Deswegen sterb ich immer ach so! Oh, dieser Kackspiegel, ne? Oh, dieser Kackspiegel, ne? Äh! Dalu hat wieder Spaß. Das ist dann geil. Dalu! Dalu, ich nehm Schaden. Hör auf! Gwenz hat sich selbst erschossen. Ja, wie soll ich denn aufhören? Soll ich die wieder aufkriegen? Aua! Ich werde erschossen! Wir schossen! Von Gubobal! Okay, go! Wo bist du? Das ist voll gemein! Ich werd hier nur gemobbt. Ich muss nachladen, lass das. Links. Hier ist eine Toad in dem Raum. Hier ist eine Toad. Hier ist eine Toad. Hier wurde gerade angeschossen. Wow, da ist grad was explodiert. Ja, das war glaub ich... Good Gaming! Moment, Moment! Ich hab Koro erschossen verdammt! Hier rechts! Von rechts! Du hast Koro erschossen! Hier rechts! Ich hab Koro erschossen! Anakin, is it! Sie ist unsichtbar, Leute! Anakin, confirm! Julia, Vorsicht! Hier ist ne unsichtbare Anne. Anne ist... Anne ist confirmed traitor! Jetzt keine Widerschrede! Da ist sie sichtbar... Wo? Ich glaub nicht! Hier in die Richtung! Nein, davon... Da hinten! Da hinten! Ich bin echt immer blind jetzt! Oh Quatsch! Wie ich mich einfach nicht killen konnte! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao! Ciao!